Für Anastasia Tchekulayev ist das alles neu. In der Corona-Zeit, in der die Volleyballhallen oft nur bedingt Publikum zulassen konnten, hat sie den Sprung in die Starting Six vom SC Potsdam geschafft. Entsprechend neu ist das Gefühl, wie zuletzt im Halbfinale gegen Dresden, vor großem Publikum zu spielen. Es hat einfach Spaß gemacht, bei so vielen Menschen zu spielen. Besonders die Zuschauer in der MBS-Arena fand die Mittelblockerin zuletzt großartig. Mit den Potsdamer Fans ist das nochmal was anderes, weil eine ganze Halle für dich oder für das Team ist nochmal viel schöner, als wenn nur 20 Menschen da sind in einer Auswärtshalle. Es war total schön und ich habe alles mitgenommen, was ich konnte und die Atmosphäre war wundervoll. Tchekulayev genießt nicht nur die Euphorie vor dem zweiten Finalspiel gegen Stuttgart, sondern die Situation insgesamt. Also generell auch die Saison ist total spannend. Meine erste Saison direkt im Finale mit der Deutschen Meisterschaften. Also man wünscht sich glaube ich nicht mehr.